so meine freunde erstens mal möchte ich mich recht herzlich bedanken dass alle gar so krass viele nachrichten schreibt und alles bisher bin ich glaube ich noch relativ gut mitgekommen ich habe jeden soweit ich kann auch immer geantwortet oder halt dann später noch ist es krasser möglich also ich habe heute mal eine zeit gefunden um alles eigentlich beantworten zumindest mal auf tik tok und youtube habe ich jetzt mit euch jetzt kommen wir zu den spiel ich habe bock mit euch zu spielen wie gesagt ihr könnt euch gerne mit mir treffen und wir machen ein paar fußballspiele challenges oder sonstiges lasst uns auf jeden fall zusammen kommen denn und vereint die ganze sache vereint uns in der farbe getrennt aber das war es auch ansonsten lieben wir alle gar fußball oder handball habe ich jetzt mittlerweile auch schon welche dabei mal gucken was da kommt ich bin gespartlich ich mache auch jeden spaß mit ihr könnt euch gerne bei mir melden auf jeden social medias was wir da haben und dann bin ich mal gespannt was ihr so drauf habt in diesem sinne würde ich sage schöner sonntag und ja das wetter ist zwar ein bisschen trieb ist ein bisschen mysteriös aber egal ich will jetzt mal keine verschwörungstheorie raushauen aber habt spaß heute und genießt diesen sieg in diesem sinne spidey